Wenn ich in Deutschland gehe, dann komme ich eine Woche. Da guckt der Zahnarzt rein, hat ein paar Minuten Zeit und sagt, gut, machen wir Kostenvoranschlag, kommen Sie nächste Woche wieder. Nächste Woche macht er wieder ein bisschen was, dann kommen Sie wieder nächste Woche wieder. Und das ist mir einfach zu viel. Ich möchte eine gute, adäquate, schnelle Lösung. Und deswegen dachte ich, Interprime, ich lese es nochmal nach. Sieht gut aus, Bilder sind schön, aber ob es wirklich so ist, wie in den Bildern, habe ich gesagt, ich gehe das Risiko ein. Und da sind wir nach Bulgarien geflogen, haben einen Termin gemacht und es war besser als meine Vorstellungen. Es war besser als im Internet. Und ich komme gerne wieder. Und wenn meine Zähne gemacht sind, weiß ich gar nicht mehr, was ich dann machen soll. Ich komme dann zur Kontrolle wieder. Also, ich bin jetzt 150 und wir machen jetzt weiter. Vielen Dank.